Herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um das Thema Bindung und was das Ganze mit Kuscheln zu tun hat. Da erzählen ja viele, Kuscheln stärkt die Bindung. Ob das wirklich so ist, unter welchen Voraussetzungen und unter welchen Voraussetzungen das vielleicht auch die Bindung zum Hund schädigt, das erfahrt ihr im heutigen Video. Ja, man hört ganz häufig, dass das Kuscheln mit dem Hund die Bindung fördert oder viele Halter wünschen sich natürlich eine enge Bindung zum Hund. Da sollte man übrigens immer darauf achten, wie eng ist denn die Bindung wirklich? Ist das gut, wenn die Bindung eng ist? Es gibt auch eine zu enge Bindung. Aber wir gehen jetzt mal auf dieses Thema Kuscheln ein. Wo kommt das denn her? Es kommt daher, dass beim Kuscheln gewisse Hormone ausgeschüttet werden. Das ist das sogenannte Kuschelhormon, so nennen es viele. Das ist das Oxytocin. Und das wird sowohl von Menschen als auch von Hunden ausgeschüttet, wenn sie beisammen liegen, wenn sie miteinander kuscheln. Da hat man das Ganze gemessen und bereits nach fünf Minuten Zusammenliegen hat man gemessen, dass dieser Oxytocin-Spiegel sowohl beim Mensch als auch bei Hund in die Höhe gegangen ist. Das Hormon ist ein Hormon, was bei Säugetieren mit dem Brutpflegeverhalten in Verbindung gebracht wird und hat daher tatsächlich eine positive Wirkung auf die Bindung zwischen Mensch und Hund. Vom Grundsatz her können wir also erstmal sagen, ja, da ist was dran. Das stimmt schon. Jetzt kommen wir aber zu der Frage, ob das wirklich sinnig ist, dann mit dem Hund zu kuscheln und vor allem wie viel. Und hier sollte man sich bewusst machen, dass jeder Hund anders ist. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Charaktere und jeder Hund unterscheidet sich auch in seinem Kuschelbedürfnis oder in seinem Distanzbedürfnis, besser gesagt. Und hier würde ich euch raten, doch einfach mal darauf zu schauen, weil das machen nämlich ganz, ganz viele Hundehalter nicht. Es gibt zahlreiche Bilder und Videos, die man sieht, wo Hunde quasi eng an sich gezogen werden, wo sie gekuschelt werden, wo sie umarmt werden. Und dann sieht man ganz deutlich, dass die Hunde das gar nicht möchten. Also man sieht häufig, dass sie den Kopf wegdrehen, dass sie sich über die Nase züngeln, dass sie die Augen schließen, dass sie eigentlich die Distanz vergrößern. Und da sollte man einfach mal darauf achten, was tut denn der Hund, wenn ich den Hund kuschel? Also vergrößert er die Distanz? Möchte er eigentlich weg? Oder möchte er wirklich zu euch? Oder ist es ein Hund, der ganz kuschelig ist, der das genießt, der sich an euch herandrückt, also der die Distanz vermindert, der euch anschaut, der sich vielleicht so ein bisschen reinwühlt? Das ist also eine Sache, worauf ihr unbedingt achten solltet, weil es natürlich so ist, dass wenn ihr jetzt einen Hund habt, der das eigentlich gar nicht mag, der das jetzt irgendwie so erträgt, dann ist es tatsächlich etwas, was natürlich nicht gut für die Bindung zwischen Mensch und Hund ist, weil der Hund das Ganze nicht als positiv empfindet, sondern eher duldet. Das Weitere, was man immer mal prüfen sollte, ist auch, welche Berührungen der Hund mag. Also ob man jetzt einen Hund irgendwo ruhig anfasst, ob ich jetzt irgendwo einfach hier sage, okay, das ist jetzt auch kuschelwilligen aneinander und ich fasse den Hund irgendwo mal relativ ruhig an. Oder ob das irgendwo wild ist, ob das Randziehen ist, ob das Einengen ist. Also auch darauf sollte man einfach mal schauen und gucken, wie positioniert sich denn der Hund zu einem selber. Ein weiteres Thema, was ich euch jetzt mal allen mitgeben möchte, ist auch die Frequenz bzw. darauf zu gucken, wie häufig man mit dem Hund kuschelt. Was wir nämlich ganz oft sehen, ist eine sogenannte soziale Übersättigung. Da wird der Hund den ganzen Tag angefasst. Also man kuschelt, man wuselt mit dem Hund rum, man zieht ihn zu sich ran. Also es passiert ganz, ganz häufig. Und das sind dann Hunde, die tatsächlich eine gewisse soziale Übersättigung erleben. Was ist die Folge einer sozialen Übersättigung? Ist auch ein sozialer Distanzaufbau. Das sind dann die Hunde, die eigenständig gehen, die weggehen, die sich in die Ecke legen, die mal ihre Ruhe haben möchten. Und das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich auch nicht gut für die Bindung zwischen Mensch und Hund. Und wenn ich da was positiv fördern möchte, dann muss ich natürlich darauf achten, was will der Hund. Und da kann es auch mal sein, dass weniger einfach mehr ist. Also ich kann mir natürlich mal den Hund schnappen und mit ihm kuscheln, was Tolles machen. Aber vielleicht beende ich das auch mal. Vielleicht gehe ich auch mal. Vielleicht lasse ich dem Hund mal den Freiraum. Und das Wichtigste an der ganzen Sache ist einfach, dass ihr darauf achtet. Dass ihr wirklich darauf achtet, was zeigt euer Hund. Genießt er das in diesem Moment? Kann er gar nicht genug davon kriegen? Oder erträgt er es oder tut es euch zuliebe und geht eigentlich in die Distanz? Generell sei jetzt noch mal gesagt, dass Kuscheln natürlich nur ein ganz, ganz kleines Puzzleteil der Bindung und der Beziehung zwischen Mensch und Hund ist. Genauso wie dieses Kuscheln nett und wichtig sein kann, sind natürlich ganz, ganz viele andere Faktoren auch entscheidend zwischen der Mensch-Hund-Beziehung. Und das sollte man natürlich nicht vergessen. Wenn ich also mit einem Hund kuschel, dann heißt das nicht, dass wir eine gute Bindung haben, sondern die ergibt sich durch ganz, ganz viele andere Sachen. Durch Sicherheit geben, durch genauso auch miteinander was machen, durch Motivation, durch Grenzen setzen und durch viele, viele andere Dinge. Wenn euch das mehr interessiert und ihr stärker in dieses Thema einsteigen wollt, könnt ihr auch gerne mal den Kurs Bindung und Beziehung anschauen oder die Gratis-Lektion aus dem Kurs. Da wird auch noch mal auf dieses Thema eingegangen. Und ansonsten schaut mal, wie ihr das mit euren Hunden macht, wie sie das genießen und was sie euch dort zeigen. Wie sieht das bei euch eigentlich aus? Was habt ihr für Hunde? Kuscheln die gerne? Könnt ihr das sehen, dass sie bei euch sind? Oder sind sie Hunde vielleicht, die da eine gewisse Distanz aufbauen, die das gar nicht so gerne haben, gar nicht so gerne angefasst werden? Schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare. Mich würde das mal interessieren. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Video.